Hi, ich hätte gerne einen Fahrschein. Ami, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va être très bien. Donc, le prochain arrêt est dans 500 mètres. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. 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 Okay. der nächsten Arrêt ist dann 250 Meter U-Bahnhof Muchenstrasse Aller. Je marche très, très doucement au début, mais après il accélère à la peur. À la peur que je croise. Je suis nul. J'ai besoin d'un ticket. Moin, ich hätte gerne ein Ticket. Der nächste Arrête ist in 600 m. Das war's für heute. Ich habe die Dörfer, aber es ist nicht so, dass ich die Dörfer nicht verletze. Ich weiß nicht, dass ich die Dörfer nicht verletze. Ich weiß nicht, dass ich die Dörfer nicht verletze. Ich kann mir sagen, dass es nicht so viele Menschen in der Stadt gibt. Es gibt drei oder vier Personen, die sich überladen. Und das ist alles. Es gibt drei Personen in Freistrasse. Das sind Leute, die PICNIKEN, die Fahrer aufstehen, die sich wieder aufstehen... Ich denke, manchmal, eine Fahrer aufstehen... On verra alle passen, on verra des, des personen, die monten in der Tür, äh. Hi. Moin. Bonjour, 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 bonjour. Moin, moin. Ich benötige einen Fahrschein. Bien-sûr. AB, short, trip ticket, 2€ et 4€. Poiment namens per cartel, Pour 2€, elle peut faire un effort d'aller à... à 50m et à 10 trip it up. Waaah. Oh nein ! eine Person in YouTubeorfler und eine Rundetrampano. Das ist... Auch in den Eurotruck. Ich weiß nicht, dass die zwei, drei Dinge, die jäuert sind. Aber wir brauchen die Wirtschafts-Economik-Economik. Das ist der Hücruz. Das ist die Hand. Das ist doch so. Ich bin der Hücruz. Ich bin der Hücruz. Ich bin der Hücruz. Ich habe die Tür geöffnet. 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 Wo ist das richtig? Geh anscheid, Klubben Ach so, es ist noch mal einmal Ich tue keine Sekunde, Das war's für heute. Nein. Why monitored den Afe? Es ist für sich muss... Das funktioniert nicht, Cute! Ich weiß nicht, dass sie den Eurotruck fangen werden, aber sie werden mit dem Eurotruck auf den Eurotruck fangen. Ich weiß nicht, ob es das der Eurotruck fängt, wie es der Eurotruck fängt. Ich weiß nicht, ob es ist das der Eurotruck fängt. Ich glaube, dass die Eurotruck der Trafik ist besser. Ich denke, dass die Eurotruck... Wenn man sich die Eurotruck verraten... ... die Eurotruck... und Euro-Trop da SSS Software Ich muss einfach mal den 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 Paramètres, den Traffik und das alles. Wenn wir die beiden vergleichen, ich mag den Paramètres und den Traffik in Euro Truck und in Euro Truck, und in Euro Truck natürlich, als im Studio TML. Weil die Indien, die ihre Leben verletzen, in ihren Paramètres. Ich glaube, ich könnte es einfacher, aber es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig. Wenn man nicht weiß, ist es sehr schwierig. Wenn man ein bisschen weiß, ist es einfacher. Manchmal ist es... Ich würde sagen, aber... Ich würde sagen, dass sie nicht kritikieren. Ich würde sagen, dass sie nicht kritikieren. Ich würde sagen, dass sie nicht kritikieren. Es ist einfach ein... ...konstat. Ich weiß nicht, wie ich es sage. Ich weiß nicht, wie ich es sage. Hallo, hallo. Könnte ich bitte ein Ticket haben? Könnte ich das mit meinem Handy bezahlen? Kann ich ein Ticket haben? Ja Rappi ... 24h, 10 Euro. Un Euro ... 10 Euro. 100 Euro. . 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 Ein Tag, ich habe ihnen gefragt, dass ich ihnen ein schönes Tablet machen kann für die Parameter, die sie nicht mehr haben wollen. S&U Bahnhof zu Logischer Garten Ich wollte nur den Tablet machen, um die Parameter zu verstehen, um die Parameter zu verstehen. Ich weiß nicht, dass sie den Tablet machen können. Ich weiß nicht, dass sie die Tablet machen können. Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen... Aber das ist ein bisschen... Schuss, ein bisschen die Galerie. So hier, wir kommen zum Zoo. Zum Zoologist. Und dann, das wird unser der letzten Arrät. Hallo. 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 Ich benötige einen Fahrschein. Ja, ich bin wieder. Ich bin wieder. Ich bin wieder. Ah, ich bin wieder. 3,80 Euro. Ich bin wieder. 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 Auf einmal nach. Ich bin wieder. Obf Nigel. Ich bin wieder. Werner. Ja. Und hier ist es so. Das ist ein kleines Erlösschen. Das ist ein kleines Erlösschen. Sie haben nicht gedacht, dass sie hier eine Arrät kommen. Das ist ein kleines Erlösschen. Ich glaube, dass es ein Arrät ist. Ich weiß nicht, dass ich einen Arrät finde. Ich weiß nicht, dass es ein Arrät ist. Ich habe auch nicht, dass wir einen Arrät fangen können. Wenn ich aufrestehe, dann muss ich einen Arrät geworfen. Ich mache den Arrät. Jetzt müssen wir sehen, dass es keine Objekte ... ... ... ... und sie sind schon fertig Wir werden unsere Kollegen nehmen den Service und wir werden dort Ich sage Ihnen bald Ciao